Vorsicht, die Schwaben kommen! Wir sind gekommen, um der Engie mal ein bisschen einzuheizen, ihr klarzumachen, welche Fehler sie ausbessern können. Wir wollen die Bäume behalten, wir wollen das Grunwasser behalten, die Mineralbäume. Wir wollen mehr Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, nur kein Stück von 21. Wir sind nach Berlin gezogen und wir wollen Solidarität zeigen, dass wir den Ausbau dieses Planes bekommen, deswegen bin ich heute noch hier. In unserem Grundgesetz heißt es, alle Macht geht vom Volk aus. Aber ich glaube, das haben schon einige nicht mehr gelesen. Und es heißt in unserem Grundgesetz nicht, die Macht geht von der Deutschen Bahn aus. Und es heißt auch nicht, in unserem Grundgesetz, die Macht geht von den Profiteuren des Bahnhofsprojekts aus. Und deshalb geht es darum, dass ihr, und deshalb habt ihr unsere Stützung, unsere Unterstützung, dem Grundgesetz wieder Genüge tut. Nämlich wir müssen zeigen, dass alle Macht vom Volk aus geht. Und deshalb stehen wir hier und deshalb protestieren wir gemeinsam mit euch. Für euch oben bleiben. Das ist genau wie uns gemeinsam für euch geht. Wir müssen zeigen, wo wir bleiben. Wir müssen statt. Unsere Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Oben bleib im Sackmannhof! Oben bleib im Sackmannhof!